Am Freitag geht es bei Softwarearchitektur im Stream um Agilität. Ich möchte diskutieren, warum das Wasserfallmodell wirklich keine gute Idee ist, warum wir immer noch Schwierigkeiten mit Agilität haben, wie wir damit umgehen können und wie wir konstruktiv und gut in agilen Projekten arbeiten können. Ich bin besonders gespannt auf eure Fragen und eure Diskussionsbeiträge und würde mich freuen, wenn wir uns Freitag sehen. Bis dahin! Untertitelung des ZDF, 2020